Der optionale Anhänger-Rangierassistent Trailer Assist von Volkswagen erleichtert das Rangieren mit einem Anhänger innerhalb der Systemgrenzen erheblich. Ist ein Anhänger angekoppelt, lässt sich Trailer Assist durch Einlegen des Rückwärtsgangs und Betätigung des Parkhilfetasters aktivieren. Mit dem Spiegel-Verstell-Schalter und der Anzeige im Kombi-Instrument kann der Fahrer die gewünschte Fahrtrichtung seines Gespanns festlegen. Trailer Assist lenkt das Gespann selbstständig in die eingestellte Richtung. Dabei behält der Fahrer die Umgebung im Blick und ist für das Beschleunigen und Bremsen verantwortlich. Durch einen Lenkeingriff oder die Betätigung des Parkhilfetasters kann der Fahrer das System jederzeit deaktivieren. Damit Rangieren nicht zur Geduldsprobe wird. Der Trailer Assist von Volkswagen.